Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer ersten Runde mit Kasumi. Ich habe sie bis dann noch gar nicht gespielt. Ähm, okay. Ich weiß ungefähr was sie tut. Okay. Okay, sie erzählt. Genau, Kyo ist Puppen herumschmeißen, die werden von den Gegnern ausgelöst. Genau, äh, wie viele kann ich setzen? Ich kann drei setzen, okay. Wir sind irgendwie eins, zwei, drei. Okay, drei. Ähm, F ist... Das Teil? Genau, äh, soll ich eigentlich zurück teleportiert werden zu meiner Figur? Das bin ich verwirrt. So, eigentlich ist doch, das sind, ich teleporten, so. Ähm... Ah, okay. Ich verstehe. Äh, ich lasse meinen Körper und so weiter. Okay, gut, gut, gut. Ähm, hi. Äh, falls du mir welche Wünsche, welchen Champion hier ist, ich mir so gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich würde ich mir auch immer ein Like unten abfreuen. Logischerweise, weil ich das nicht... Ich weiß nicht ganz, wie... ...groß die Range ist. Okay, groß genug, so wie es aussieht. Um das zu machen. Um sie fast zu killen. Okay, crazy. Okay, das extra Schaden, das extra Schaden. Alter, ähm, ist die so stark, oder bin ich einfach nur gut? Alter, ist das viel Schaden. What the fuck? What? Hier drüben. Das ist... Ja, crazy. Ähm... Okay, das muss ich auffassen. Oder? Muss ich auffassen? Ich weiß es nicht. Ich bin unsicher. Ich muss nicht nachladen. Ähm... Ähm... Ein bisschen unsicher, was mir ült ist. Ich muss jetzt auffassen hinten. Hi. Und das mal schnell. Tschüssi. Alter, ist das OP. Ähm... Ich bin mir unsicher, wie fair das Ganze gerade ist. Wo ist denn hier oben? Ich komme ja nicht an sie ran. What the fuck? What the fuck? Äh... Die haben ja genau gar keine Chance. Hast du eine Ult? Ähm... Ähm... Äh... Ich muss mal schauen, ob ich dich irgendwie gut ansetzen kann. Die hängen nur noch hinten, oder? Schade, du bist weg. Ähm, machen wir das kurz. Oh, das war gefährlich. Das habe ich gar nicht gut gemacht. Das habe ich definitiv nicht gut gemacht. Okay. Äh... Gegner, werde gerade ein bisschen zerstört. Ich bin mir unsicher, wie fair es ist, sowas zu haben. Ähm... Weil die Idee von Aim-Bot ist ein bisschen crazy. Ähm... Ihr tag betrefft der Team exploiting Interpreters after a delay to inflict curse and damage for time to all enemies hit. Deal more damage per stack of curse on your target. Okay. Ähm... Okay. Okay, das ist ja crazy. Alter, also... Ähm... Ich habe noch nicht mal... Ich habe noch nicht mal Eisnuss gekauft. Äh... Machen wir... Nimm das mit. Kettel hier. Ähm... Stirb nicht doll. Nicht doll. Stirb nicht doll. Sehr schön. Ich bin auch nicht so oft gestorben. Okay. Machen wir das schnell. Kann ich da einen einzigen Gegner cursen? Ich... Äh... Muss ich mich auseinandersetzen. Okay. Damit... Oh, scheiße. Danke für die Ult. Danke für die Heilung. Oh Gott, das war... Close. Wenn ich F nochmal drücke, dann werde ich zurück, die Deportiert zu dem Punkt, oder? Sieht so aus. Ähm... Ich glaube, Gegner sind etwas... Tainted. Hi. Pau. Oh, wow. Unfreundlich. Gut, das habe ich ignoriert. Ähm... Gern, ich werde zurück Deportiert. Okay, interessant. Ähm... Okay, da ist sie zu weit weg. Ich muss sie mal kurz weg. Ich muss sie mal kurz weg. Ein bisschen unfreundlich. Okay, ich bin raus. Das war gefährlich. Das war sehr gefährlich. Ähm... Ich brauche... Okay, das hat 500 Schaden. Das ist auch crazy. Ähm... Ich muss ein bisschen aufpassen. Okay, schade, wir haben mich getroffen. Da oben bist du. Ich muss halt mal ein bisschen aufpassen. Das war... Äh... Nicht zu ungefährlich. Hier bist du down. Damit ist sie down gleich. Bei keine weitere... Äh... Okay, sehr gut gemacht von dir selber. Achso, da bist du. Damit bist du down. Leider konnte ich Grover nicht retten, was ein bisschen kacke ist. Ich habe ihn gerne gerettet. Ähm... Wieso funktioniert sie? Sie spielt jetzt zum ersten Mal. Und das passiert hier gerade. Das ist ein bisschen crazy. Oh, wow. Ähm... Schade. Okay. Ähm... Gegner haben... Also... Ich bin mir... Sehr unsicher. Scheiße, ich muss hier kurz weg. Ähm... Das ist ein bisschen hart crazy. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Okay, crazy. Ähm... Okay, was können wir machen? Wir können dich da umtreffen. Und dich... Fast kennen. Gehen wir kurz weg. Ähm... Wow. Kann man noch durch? Ich würde... Vielleicht nicht durch. Ich kann noch mal echt sein. Dann können wir die Ruhe noch ein bisschen länger ziehen. Aber... Noch irgendwer? Alter, ist die OP. Wie... 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 Wie konnte das gerade eben sein? Wie... 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 What? Ähm... Das ist... Unfair, ist... Wow. Gut, spielen wir eine Runde Team Deathmatch. Äh... Bis gleich, I guess. So... Okay. Dann... Mal schauen, wie das diese Runde laufen wird. Ich nehm weiterhin Keto hier im Life-Rap mit. Ich glaube, das macht bei ihr sehr, sehr viel Sinn, das so zu machen, um ehrlich zu sein. Also... Es scheint so. Wo da mal eine Puppe hin? Mal schauen, ob das genauso gut läuft wie vorher. Mit einem Tank wie... Oh, wow. Oder sie stürzt sich runter. So... Okay. Okay. Schwert mir nicht. Danke für die Heilung. Sehr schön. Weg mit der. Nein, nein, nein. Oh, wow. Da es sich genau daran gehalten hat, dass ich Stunt wurde, ist ja disgusting. Ach komm, ich muss schnell herankommen. Das kann nicht wahr sein. Unterstütze ich nicht. Für denn wo? Ach komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Wie überlebt ich Sky einfach die ganze Zeit? Wir müssen nicht Sky killen. Das Blöde ist ja, ich kann sie nicht angreifen, wenn sie unsichtbar ist. Heißt, Sky ist ein krasser Counter gegen mich. Ja, Sky ist ein richtig crazy Counter gegen mich. Ich kann sie natürlich nicht angreifen, wenn sie unsichtbar ist. An der Person mit dem Team bleiben. Ich darf nicht so nah rangehen. Sehr schön. Weg mit dir. Oh, was? Wie, was? Was? Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Ich wurde weggeschmissen und... Hab nicht schnell... Nein. I don't know. Das war gerade sehr komisch. So, nehmen wir sie kurz raus. Oh, scheiße. Löffel mich nicht treffen. Perfekt. Ich muss meine Puppe mal besser platzieren. I guess. Dann drüben... Äh, ich hab auch mal eine Ult. Heißt, ich kann sie auch mal einsetzen. Einfach alles zu weit weg. Weg mit dir? Oh, wow. Äh... Okay. Ich mach mal kurz da hinten weg. Oh, wow. Oh, wow. Können wir kurz mal bitte... Oh, leil. Tschüssi. Da wird man ein bisschen verschwandt, glaube ich. Sehr schön. Wollte kurz Heilung. Gut. Äh... Oh, shit. Un-freundlich. Natürlich, jetzt eben noch neben mir gestanden. Machen wir das nochmal weiter damit. Ähm... Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir holen uns da auf und killt sehr. Das könnte trotzdem besser sein. Oh, shit. Okay. Und die dürfen... Die dürfen sterben. Kein Fan davon. Oh, fuck. Ich muss... Ja, es ist... Die letzte Runde lief so gut, weil ich Tanks hatte. Die mich verteidigt haben. Und die Gegner nicht so crazy waren. Was ein definitiver Vorteil ist. Oh... What the fuck? Das ist crazy, weil ich ihn mal weggeschmissen würde. Es ist... Hat Bomb King am Talent mitgenommen, was das macht? Eigentlich nicht. Das ist crazy. Wir müssen jetzt aufpassen. Nein. Oh, wow, oh. What? Wurde das gebufft? Also... Der kann mich doch nicht über die ganzen Maps schmeißen die ganze Zeit. Oh, shit. Das war halt noch nie so stark. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so stark war. Oh, scheiße. Ich hab nicht nur hier. Also ich kann einfach eine Stunde unsichtbar sein. Das ist halt so fair. Das ist ja auch irgendwo. Ja, schön. Ja, nee. Es macht keinen Sinn. Ja, schön. Bin ich euch down? Ja, da ist die hinter mir gewesen gerade. Oh, scheiße. Weg mit dir, Mann. Hör auf so hart zu nerven. Das ist unglaublich. Okay, was macht die oben? Crazy. Kann ich ein bisschen mehr nicht rankommen? Sehr schön. Gut, dass er tanktot ist. Sehr schön. Sehr schön. Guten Tag. Komm schon, siehst du wieder über uns? Ja, gehen wir kurz raus. Komm schon, es ist jetzt so close. Ah, das ist grad... Wir können es gleich geschafft haben. Oh nein. Sehr schön. Das war gerade unglaublich close. Also, sie funktioniert nicht so gut, wenn du nicht genug Zeit hast zum Verteidigen. Logischerweise. Wir haben letzte Runde auch wirklich sehr gut gespielt. Aber sie ist... Joa, das ist... Joa, das ist... Ich muss dir irgendwo... Ist ein unglaublich cooles Design, meiner Meinung nach. Das macht sehr viel Spaß zu benutzen. Ähm... Aber alter, ist sie stark. Ich hab 41.000 Schaden gemacht. Ähm... Falls ihr es nicht klappt, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.